Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich zeige euch heute mal meine vier Pferde, beziehungsweise, naja, man kann sagen dreieinhalb. Ja, das eine ist ein Fohlen, deswegen, genau. Und die wollte ich, also will ich heute einfach euch mal zeigen. Viel Spaß! So, der erste ist eher hier. Ja, er war ja in dem Set mit der Dusche, ich sage jetzt mal Dusche, da war er mit der Pferdedusche und ich finde ihn eigentlich richtig schön, auch das hier hinten. Ja, ihr könnt es ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn so findet. Ja, genau. So, das ist jetzt hier die Friesenstute, die habe ich auch schon. Ja, jetzt habe ich sie halt doppelt. Vielleicht werde ich sie auch bepainten. Ähm, ja, wenn wir dann die tausend Abos knacken, dann würde ich das vielleicht im Livestream machen oder, ähm, ja, genau. Oder halt so ein Video. So, danach kommen diese hier dran, die beiden, das sind ja Araber. Und, ja, die waren ja auch in so einem Set drin. Und, ja, ich finde die eigentlich recht schön. Ähm, ja, ich kann auch mal schnell meinen anderen holen. Ähm, so, hier ist mein Antra. Das ist auch ein Araber. Und, ja, ich finde eigentlich den hier hinten auch eigentlich ein bisschen schöner als den. Also, hier sind auch ein paar Schramm, aber, ähm, ja. So, kommen wir aber nun wieder zu denen. Ich finde die eigentlich recht schön. Ähm, aber was mir nicht so gefällt, ich weiß nicht, ob das also in anderen auch so ist. Ähm, ja, dass die hier, jetzt sieht man es nicht so. Ja, genau das, die hier diese Schramm, sage ich mal, haben. Also, ja, hier unten ist es auch, aber, oder es gehört zu, ihr könnt es ja mal in die Kombi schreiben, aber es sieht jetzt eher nicht so schön aus. Es sieht jetzt irgendwie aus, ob da ein Raubtier am Pferd dran war. Ähm, beim Fohlen ist es aber nicht so. Das Fohlen finde ich eigentlich recht schön. Aber man kann es eigentlich auch so machen. Dann ist es eigentlich wieder schön. So, Leute, jetzt habt ihr alle Pferde nochmal im Überblick. Die habe ich in ein paar Tagen bekommen. Und ich finde die eigentlich mega schön. Genau. Äh, hallo. Äh, ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mich, also besser gesagt uns, auch abonnieren. Und gebt ein Hüfchen hoch. Tschüss.